Hallo und willkommen zu diesem Tutorial, in dem es um die sogenannten Creative Commons Lizenzen geht. Der Umgang mit Lizenzen hat insbesondere vor dem Hintergrund der Vergütungsneuregelung einen besonderen Stellenwert. Aber auch ohne diesen besonderen Umstand ist der richtige Umgang mit Lizenzen für Lehrende unerlässlich. Und genau an dieser Stelle machen Creative Commons Materialien einem das Leben einfacher. In diesem Tutorial werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Inhalte mit Creative Commons Lizenz finden, wie Sie diese in Ihre Dokumente einbinden und auch Selbstmaterial unter dieser Lizenz veröffentlichen können. Sicher haben Sie schon mal von Public Domain oder gemeinfreien Werken gehört. Das Bild, was ich auf der ersten Folie verwendet habe, steht unter einer sogenannten Public Domain Lizenz. Das heißt, dass ich dieses Bild so verwenden und bearbeiten kann, wie ich will. Jedoch gibt es dabei, insbesondere im deutschsprachigen Raum, ein Problem, ein rechtliches Problem. Denn nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz gibt es keine Werke, die nicht frei von Urheberrecht sind. Die einzige Ausnahme sind die sogenannten gemeinfreien Werke. Das sind Schriftwerke, deren Autor seit 70 Jahren tot ist. Sofern Sie nicht nur Goethe oder Brecht verwenden wollen, sind Sie zwangsweise darauf angewiesen, Material zu benutzen, bei dem Nutzungsrechte eingeräumt wurden. Und an dieser Stelle kommen die Creative Commons Lizenzen ins Spiel. Denn mit Creative Commons können Sie auf einen breiten Bestand von Materialien zugreifen. Ob Bilder, Texte, Videos oder auch andere Dateien, Creative Commons erlauben eine einfache Nutzung von digitalen Materialien. Das Modell der Creative Commons ist wie ein Baukasten aufgebaut. Dadurch sehen Sie sofort, was Sie dürfen und was nicht. Das CC-Symbol zeigt an, dass es sich um Material mit einer Creative Commons Lizenz handelt. Sehen Sie einen Menschen in einem Kreis, so bedeutet das, dass Sie den Autor bzw. die Autorin des Werkes angeben müssen. Wenn Sie das durchgestrichene Dörlerzeichen sehen, dann darf das Material nicht kommerziell verwendet werden. Sehen Sie einen runden Pfeil, dann bedeutet das, dass das verwendete Material nur unter den gleichen Bedingungen weitergegeben werden darf. Und sehen Sie das ist Gleichzeichen, so dürfen Sie das Material nicht verändern, beispielsweise ist der Beschnitt eines Bildes somit nicht zulässig. Schauen wir uns nun ein praktisches Beispiel an. Angenommen, Sie sehen die folgende Kombination. Dann wissen Sie, dass Sie den Autor angeben müssen und dass die verwendeten Materialien nur unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden dürfen. Doch in diesem Beispiel ist auch wichtig, was Sie nicht sehen. Diese Lizenz sagt nämlich auch, dass Sie das Material kommerziell nutzen und verändern dürfen. Daher müssen Sie nur beachten, was auch explizit gekennzeichnet ist. Doch wo findet man Materialien mit einer Creative Commons Lizenz? Der einfachste Weg, um an Creative Commons Material zu gelangen, ist auf die Creative Commons Homepage zu gehen. Dort klicken Sie auf CC Inhalte finden. Die Suchmaske ist einfach gehalten. Geben Sie zuerst Ihren Suchbegriff ein. Wählen Sie anschließend, ob Sie nach kommerziell nutzbaren oder veränderbaren Material suchen. Abschließend müssen Sie sich noch für eine Suchmaschine entscheiden. Unter den Namen der Suchmaschine finden Sie auch die Art von Medien, die gesucht werden können. In unserem Beispiel suchen wir nach dem Wankelmotor. Ich möchte gerne ein Bild vom Motoraufbau haben. Daher durchsuche ich zuerst die Wikimedia Commons. Nachdem ich das passende Bild gefunden habe, sehe ich auch gleich, unter welcher CC-Lizenz das Bild steht. Ich muss in diesem Beispiel den Autor angeben und darf das Bild nur unter den gleichen Bedingungen weitergeben. Doch was muss ich nun genau angeben, wenn ich das Bild in meine Materialien einbinden möchte? Wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, geben Sie den Titel des Werks, den Autor, einen Link zum Material und die entsprechende CC-Lizenz an. In unserem Beispiel heißt das Bild dewankel.jpg von einem Autor namens hdp. Darunter habe ich den Link und die entsprechende CC-Lizenz angegeben, sodass andere dieses Bild unter den gleichen Bedingungen weitergeben können. Sollte Ihnen diese Schreibweise beispielsweise für das Skript zu lang sein, so können Sie auch mit entsprechenden Kurzreferenzen arbeiten. Vergessen Sie dabei nicht, im Bildverzeichnis eine entsprechende ausführliche Referenz anzugeben, wie hier gezeigt. Als kleine Eselsbrücke können Sie die sogenannte TULU-Regel verinnerlichen. Hierbei ist es wichtig, dass Sie den Titel angeben, den Urheber, die entsprechende Lizenz angeben, den Link zur Lizenz auch noch hinterlegen und den Ursprungsort angeben. In diesem Fall wäre dies der Link zum Dokument. Nun wenden wir uns der Lizenzierung eigener Materialien zu. Gerade wenn Sie Hiwis haben, die beispielsweise Anleitungen oder Dokumente anfertigen, die Sie verwenden wollen, dann ist es unerlässlich, dass Sie sich durch die Hilfskräfte, die die Urheber der Werke sind, die Nutzungsrechte einräumen lassen. Andererseits können Sie auch eigene Skripte und die entsprechenden Nutzungsbestimmungen transparent mit einer Creative Commons Lizenz versehen. Dazu gehen Sie auf die Creative Commons Homepage und klicken auf Selber Inhalte lizenzieren. Es erscheint eine Auswahlmaske, in der Sie lediglich zwei Fragen beantworten müssen. Dürfen andere Ihr Werk bearbeiten und unter anderer Lizenz teilen? Und dürfen andere Ihr Werk kommerziell nutzen? Nehmen wir an, Sie wollen ein Skript, das zur Klausurvorbereitung genutzt werden soll, mit Ihren Studierenden teilen. Dann empfiehlt es sich, die erste Frage mit Nein zu beantworten, sodass keine Derivate entstehen und damit auch keine Fehlinformationen. Auch die zweite Frage beantworten wir mit Nein, da dieses Material frei für alle Studierenden bleiben soll. Wie Sie sehen, entsteht durch unsere Auswahl automatisch die richtige Creative Commons Lizenz, die wir in unser Material einbinden können. Wenn Sie eine eigene Homepage haben, dann empfiehlt es sich, dass Sie Metadaten angeben, sodass Ihre Materialien leichter über entsprechende Suchmaschinen gefunden werden können. Wenn Sie jedoch beispielsweise PDFs erzeugen und dies auf StudIP teilen, dann können Sie auch nur das unten zu findende Bild mit den Kurzangaben zur Lizenz einfügen.